Wie ihr bei der Watch Fit 3 von Huawei ein eigenes Ziffernblatt erstellen könnt, das erfahrt ihr im heutigen Video. Das hier ist die Huawei Watch Fit 3 und bei dieser wollen wir ein eigenes Ziffernblatt mit unseren eigenen Bildern erstellen. Und wie das funktioniert, das erfahrt ihr im heutigen Video. Und wir starten damit, indem wir unsere Huawei Health App öffnen, die wir auf unserem Smartphone finden. Also wir öffnen die App, dann auf Geräte und wenn ihr auf Geräte geklickt habt, dann habt ihr hier mehr. Da klicken wir jetzt drauf und nun haben wir hier alle Ziffernblätter. Dann auf eigene Ziffernblätter und hier dann auf das Plus-Symbol. Und wenn ihr auf das Plus-Symbol geklickt habt, habt ihr die Möglichkeit ein Foto aufzunehmen. Mit der Kamera eben oder wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr eins aus der Galerie. Dann klickt ihr auf Galerie, sucht euch ein Bild aus. Das könnt ihr jetzt noch skalieren, indem ihr hier zooms, also in die richtige Position bringen könnt. Und auf Bestätigen und auf Speichern klicken. Das dauert ein paar Minuten und dann haben wir das Ganze auf unsere Uhr rüber kopiert. Und so sieht das fertige Ergebnis aus, hat nur ein paar Sekunden gedauert und schon haben wir unser Lieblingsbild auf unserer Smartwatch. Habt ihr dazu Fragen, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Wir sagen danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Zusehen und auf Wiedersehen.